Herzlich willkommen bei Holzborzellan. Mein Name ist Martin Flippbach und heute möchte ich Ihnen gerne die Becher- und Tastenserie konform vorstellen. Die Besonderheit dieser Tastenserie liegt mehr in der Funktion als im Design. Eine Besonderheit der Tasten ist die Bauformung eines gleich großen Stellfußes oder auch Stellring genannt. Durch diese Eigenschaft passen vier Tasten der Serie konform auf ein und dieselbe Untertaste. Das spart Platz und folgt auch Ihren Geldbeutel. Neben der Untertastenform konform stehen Ihnen acht weitere Untertasten in unserem Sortiment zur Verfügung. Hier einige Beispiele. Trotz der Temperaturstandfähigkeit wirkt die Scherbe weder klobig noch massig. Dazu kommt der markante Henkel, der nicht nur Design-Elemente, sondern auch zur stabilen Handhabung beiträgt. Nun möchte ich etwas genauer auf die einzelnen Tastenflüssen eingehen und beginnen mit der Espressotasse. Wie bei unserer Espressotasse zu sehen, muss die Scherbenstärke so dick sein, dass die Crema dicht, schaumig und goldbraun beim Gast ankommt. Dies ist ein wichtiger Faktor, weil die Crema einen großen Teil des Kaffeearomas bindet. Neben der handelsüblichen Espressotasse führen wir auch eine Doppio-Espressotasse, die sich für einen doppelten Espresso eignet. Jetzt möchte ich Ihnen die mittleren Tassengrößen der Serie konform vorstellen, die sich ideal für Heißgetränke und Kaffeespezialitäten eignen. Fangen wir an mit der CF-004. Diese ist durch ihre bauchige Form besonders geeignet für den klassischen Cappuccino. Im Vergleich dazu haben wir hier die CF-003, die durch ihre hohe Form die klassische Kaffeetasse widerspiegelt. Natürlich können Sie in dieser Tasse auch sämtliche Heißgetränke wie Tee servieren. Das ist unser Becher CF-006, der meist von Bäckereien und Stehkaffees für Tee, Kaffee oder Kakao genutzt wird. Zum Schluss kommen wir zur größten Tasse der Serie konform, der CF-007, die sich ideal für Milchkaffee oder für alle, die etwas mehr eine Tasse haben wollen, eignet. Weitere Informationen zur Serie konform finden Sie auf unserer Homepage unter Becher und Tasten form konform und damit Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Marvin Fehrbach. Untertitelung des ZDF, 2020